Der teuflischen Propaganda ist es gelungen, ein völlig verzerrtes Bild vom Himmel in unserer Gesellschaft publik zu machen. Weißt du, wenn du mit Menschen über den Himmel sprichst, dann stellen sie sich sowas vor, du sitzt mit einem langen Nachthemd begleitet auf einer Wolke und spielst Harfe. Und zwar endlos lang. Deswegen, das Bild, was wir haben, ist unglaublich langweilig, unglaublich beschränkt, sehr unattraktiv. Und immer wieder begegnest du Leuten, die denken, in der Hölle steigt die Party und im Himmel ist es so eine ätherische Langeweile. Weißt du, das ist vollkommener Wahnsinn. Das ist vollkommener Unsinn. Es gibt nichts, gar nichts, was begeisternder ist als der Himmel. Das heißt, der Bereich, wo Gott ist, der Schöpfer ist, der kreative Erschaffer von allem ist, unser Vater. Es gibt nichts, was begeisternder ist, als dorthin zu kommen in die Gegenwart Gottes, in den Bereich seiner Herrschaft. Und es gibt ein wunderbares Bild, was uns verstehen hilft, wie der Himmel für uns ist. Er übersteigt alle unsere Vorstellungskraft. Wir lesen in der Bibel, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, Gott hat etwas bereitet, was über unsere Vorstellungskraft, unsere Imagination hinausgeht. Wir können es uns nicht vorstellen, wir können es uns gar nicht erfassen. Und das Bild ist das von einem ungeborenen Baby im Mutterleib. Weißt du, der Mutterleib, da lebt das Baby drin. Es ist unglaublich eng, es ist dunkel, es wird mit allem versorgt, es bekommt alles, es wächst herein. Es ist sein ganzes Umfeld, sein Lebensumfeld. Es kennt nichts anderes. Und das Baby hat nicht die geringste Ahnung von der eigentlichen Welt. Es kann sich beim besten Willen keine Farben vorstellen, keine Texturen, keine Formen. So etwas wie ein Sonnenuntergang oder ein Schmetterling oder ein Herbstwald ist vollkommen unvorstellbar für das Baby. Es kann sich diese Dinge nicht denken. Es kann sich diese Dinge nicht erfassen. Und irgendwann einmal kommt es zu einem, für das Baby auch, sehr schmerzhaften Prozess, nämlich einem Geburtsprozess in das eigentliche Leben hinein. Für das Baby bricht die ganze sichere Welt, die es bis jetzt gekannt hat, sein Umfeld zusammen, der sichere Schutzbereich, und es kommt in etwas Neues hinein. Und doch ist das Neue das eigentliche Leben. Und wenn das Baby länger in diesem Mutterleib drin bleiben würde, würde es für Mutter und für Kind tödlich ausgehen. Und genauso ist es mit diesem Leben. Wir werden durch den Tod in das Eigentliche, das ewige Leben bei Gott hineingeboren. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein Prozess, der uns Angst macht. Und doch ist es der Prozess, der uns in das Eigentliche hineinbringt. Der Tod ist nicht so schlimm für die Kinder Gottes, wie wir uns das immer vorstellen. Es ist eigentlich nur der Prozess, um in das Eigentliche hineinzukommen. In das, was ewig ist, was wirklich ist. Und genauso wie das Baby sich die Schönheiten nicht vorstellen kann, die dieses Leben bildet, Farben, Formen und so weiter, können wir uns das, was Gott vorbereitet hat, in der neuen Welt, die für uns wartet, auf uns wartet, auch nicht vorstellen. Unsere Vorstellungskraft, unsere Fähigkeiten sind zu beschränkt. Ich möchte dich einladen, einfach Gott zu vertrauen, dass er, wie es hier in dieser Bibelstelle hat, viel, viel, viel mehr für uns hat, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich möchte dich ermutigen, deine Angst vor dem Tod abzulegen. Es ist ein Prozess, ein Geburtsprozess, um in das Eigentliche, Richtige, Wertvolle und Wichtige hineinzukommen. Das ewige Leben bei Gott. Ich sage dir, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!